Einen wunderschönen guten Nachmittag sozusagen hier 14.50 Uhr beim JFD Live Trading TV. Grüß Sie Christian Kemmerer. Wir wollen wieder den Blick auf den Markt richten, der wenig überraschend sehr lethargisch heute ist. Und darum haben wir uns auch in Sachen Frequenz noch ein Stück weit zurückgehalten. Es passiert recht wenig, um nicht zu sagen fast gar nichts. Der DAX hier, Sie sehen es, in einer gewissen Lethargie gefangen und kommt nicht so recht vom Fleck. Da ist natürlich die Frage, bleibt das so? Anzunehmen ist es, da sich ja wie gesagt heute Abend dann erstmal so richtig Dynamik entwickeln dürfte. Grundsätzlich also vor dem FED-Event heute Abend ein recht zäher Handel. Und wir hatten heute Morgen den Euro-S-Dollar bereits beim Devisenradar in der Beschau, wo tendenziell eine gewisse Ausbruchsmöglichkeit nach oben besteht, sofern jetzt hier die jüngste Erholung fortgesetzt wird. Und hierzu rufe ich auch gleich mal den Korrelationsschart mal direkt auf vom DAX gegenüber dem Euro-S-Dollar. Hier in der grünen aufwärts gerichteten Performance der DAX. Exakt auf fünf Jahre zurückgerechnet hier Ausgangspunkt. Und hier unten haben wir den Euro-S-Dollar gleiches Spiel. Und Sie sehen, wie hier insbesondere seit 2012 der Markt hier so mehr oder weniger zunächst verhalten und dann immer deutlicher auseinanderdriftet, beziehungsweise die Märkte. Und man sieht hier sehr schön, dass hier eine negative Korrelation vorherrscht. Also bei dem Allzeithoch vom DAX handelte es sich relativ gesehen um genau den Zeitpunkt, als auch Euro-S-Dollar das markante Mehrjahrestief ausbildete. Und Sie sehen, vom Allzeithoch ausgehend läuft ja seither im DAX eine Korrektur und beim Euro-S-Dollar eine Erholung. Wenn gleich diese hier noch relativ flach ausgeprägt ist, das ist auch sehr schön zu sehen. Euro-S-Dollar hat hier auf jeden Fall noch viel Spielraum nach oben und der DAX natürlich dementsprechend auch nach unten. Die Frage ist eben, ob sich das hier annähert oder die Schere weiter ausdehnt. Letztlich kann für heute Abend gesagt werden, dass eben hier auch diese Korrelation wohl weitergehen dürfte. Soll heißen, wenn Euro-S-Dollar zulegt, dürfte der DAX schrägstrich die Indizes verlieren. Kurzfristigen Schwankungen sollte man sich jetzt mal nicht beeindruckt fühlen. Das ist auch das, was ich heute beim DAX schon gesagt habe. Am besten, wenn Sie nicht News-Trading betreiben, was heute durchaus profitabel sein kann, dann am besten auch noch den Freitag abwarten und erstmal die Wochenkendel unter die Lupe nehmen, um dann in der nächsten Woche neu anzugreifen. Weil, wie gesagt, wilde Voila könnte es geben. Im schlimmsten Falle passiert gar nichts. Aber wie gesagt, das ist nicht auszuschließen, dass es wilde Voila gibt. Und dann muss man erstmal sehen, wie das Ganze aussieht, wenn sich der Staub dann gelegt hat. Beim DAX generell haben wir hier oben kurzfristig im Bereich der Round Number von 10.300 Punkten den Deckel drauf. Unten nach wie vor hier die Marke von 10.000, 10.030 Punkten hier als breite Unterstützungszone. Was hier natürlich im kurzfristigeren Bild schön zu sehen ist, dass wir da sozusagen hier im Intraday-Bereich, aber da wird der DAX wohl heute bis 20 Uhr sich nicht hin entwickeln, geschweige denn nach oben ausbrechen. Das heißt, es wird wohl hier der Zer-Fortlauf der aktuellen Situation so bleiben. Aber hier bei 10.100 Punkten haben wir hier sozusagen einen Intraday-Support aufgebaut, der hier in den Vortagen, Schrägstrich in der Vorwoche, hier auch immer wieder zu käufen anregte. Also wenn es denn hier einen Spike gibt und heute Abend eine ähnliche Situation vorherrschen sollte, wie hier eben in der Vergangenheit, dann könnte man davon ausgehen, dass der Markt sich dann hier im Bereich 10.100 Punkten fängt, kurzfristig. Das große Bild wollen wir uns nämlich jetzt hier auch nochmal anschauen. Wie gesagt, hier in der Spanne, das wissen Sie, haben wir schon seit einigen Tagen auch hier im Gebärk, diese gelbe Range, 10.370 oben, 10.030 Punkten unten, 10.000 Punkte Marke sowieso. Es ist vom Bias her so, dass wir hier die aktuelle Erholung beim DAX eher als korrektiv sehen dürfen, im Vorfeld dieses Ausverkaufs seit August eben. Und insofern, gerade vor dem Hintergrund, das hatten wir heute beim Devisenradar ja auch, dass die Saisonalität unmittelbar beim EURUS-Dollar für steigende Preise spricht und hier interessanterweise im Sinne der Korrelation beim DAX unmittelbar für fallende Preise, könnte sich eine negative Auflösung vor dem saisonalen Hintergrund eben hier sehr gut darstellen. Und mir scheint es, als wäre der DAX eben noch nicht fertig. Die Notenbanken könnten hier natürlich dann immer wieder ins andere Rohr blasen. Das könnte heute durchaus passieren. Wäre eben dann der Fall, wenn der DAX deutlich über 10.370 Punkten ausbrechen würde, dann eben hier oberhalb von 10.400 Punkten durchaus stärkeres Potenzial nach oben gegeben. Das sehe ich aber persönlich, wenn Sie mich jetzt unabhängig des FED-Events um eine Einschätzung der aktuellen Lage bitten würden, dann sehe ich hier eher die Risiken Richtung Süden ausgerichtet, sozusagen, dass der DAX hier sich nach unten orientiert und mit Aufgabe des Levels von 10.000 Punkten nochmal in eine Abwärtsbewegung übergeht. Also das präferierte Szenario wäre eben beim Euro-S-Dollar-Anstieg und beim DAX wegen der charttechnischen Situation und eben der Korrelation der negativen hier ein Abfall nach unten. Aber ein klares Signal würde sich eben erst unterhalb von 10.000 Punkten ergeben und dann ist es sicherlich anzunehmen, dass der DAX relativ zügig weiter zurückfällt. Hingegen eben bei einem Ausbruch nach oben sich die Situation weiter verbessern dürfte. Aber man darf natürlich nicht vergessen, der DAX hat hier aufgrund des starken Abverkaufs auch durchaus noch korrektives Erholungspotenzial und selbst im Bereich von 10.700, dann wären wir hier beim 61er-Fibonacci-Level und hier diese Unterstützung vom Juli, der früheren Unterstützung, das Niveau darf jetzt hier als Widerstand angesehen werden. Also für den Fall einer Aufwärtsbewegung eines Ausbruchs nach oben halten Sie mal das Level hier von 10.700 Punkten im Auge. Das könnte hier, sollte hier interessant werden, wenn es einen Ausbruch nach oben gibt, ob wir da hier deutlich rausziehen können. Aber letztlich ist es sehr, sehr abhängig von dem, wie der Markt heute die oder die eine oder andere Entscheidung letztlich aufnimmt. Mir scheint es aber so von den Strukturen, dass der DAX eher abwärts gerichtet sich orientieren dürfte. Aber Obacht geben, Spread-Ausdehnung, wilde Volatilität ist wie gesagt durchaus denkbar und insofern haben wir uns ja heute schon in Sachen Postings ein Stück weit zurückgehalten. Es ist durchaus geziemt, hier das Ganze mit Abstand zu betrachten und sich dann in der kommenden Woche, ich denke, da ergeben sich klarere Signale, man will es zumindest erhoffen, für den Markt, die dann auch hier, sage ich mal, seriösere Annahmen, Prognosen zulassen, als man es jetzt machen kann. Wie gesagt, wir konsolidieren seit längerem. Es fehlt sozusagen der Drive, auch interessant am Future-Markt, ist die Liquidität stark zurückgegangen. Die Spreads sind selbst untertags jetzt schon relativ groß. Und das zeigt einfach, dass hier die Kapital-Markt-Teilnehmer sich zurückhalten. Und was will man denn da als Privatanleger hier jetzt die große Nummer spielen? Da sollte man ähnlich erstmal mit Abstand das Ganze betrachten und dann, wie gesagt, nochmal wahrscheinlich erst in der kommenden Woche nochmals angreifen. Aber wenn Sie mich um eine Meinung fragen, ich würde hier eher einen Rückgang präferieren. Warten wir ab, was passiert. Wir werden es morgen wissen. Schreckstich morgen ohnehin nochmal im JFT-Devisenradar, ja, JFT-Devisenradar, JFT-Live-Trading. Dann nochmal auswerten. Dann wahrscheinlich auch mit zwei, drei Sendungen. Wir werden sehen. Ich sage auf jeden Fall erstmal Danke fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen relativ ruhigen Resthandelstag. Wie gesagt, es ist fast nicht anzunehmen, dass heute hier noch groß was passiert. Wenngleich wir natürlich hier im Nachmittag den Philly-Fat-Index noch haben und jetzt 14.30 Uhr auch die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Aber das ist alles ein Stück weit untergewichtet zu dem, was eben heute Abend ansteht. Und da wird es dann eben richtig spannend werden. Und da warten wir mal ab, was denn da so kommt. Gut, dann wünsche ich Ihnen was. Wir hören uns später wieder. Ihr Christian Helmer, Kamera. Beste Grüße und auf bald. Und tschüss.